Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hören kann man sie schon seit zwei oder drei Tagen. Die unermüdlichen Chorsänger sind Teichfrösche, Männchen auf der Suche nach einer Partnerin. Er ist fertig und legt wieder seinen ganzen Hochmut an den Tag. Aber noch nicht alle seine Artgenossen sind soweit. Der Kopfschmuck ist schon parat, aber die Vorbereitung auf die Paarungszeit geht weiter. Die Hormine tun ihr Werk und in ein paar Wochen wird das Brunschtfieber seinen Höhepunkt erreichen. In fruchtbaren Jahren kommt es zu zwei Dörfen. Bei sechs oder sieben Frischlingen im Kuhhof hat eine Rotte ihre Kopfzahl schnell verdoppelt. Der Hirsch ist für den Wildschwein nicht möglich eine Gefahr, aber er macht Eindruck. Vor allem wenn er hinten im Kuhhof hat.